Die Minifiguren-Serien sind wohl mit die besten Artikel im Lego-Sortiment. Komischerweise kriegen sie es hier zumindest allermeistens hin, eine richtig gute Figur umzusetzen und das dann für einen Preis von 4 Euro rauszuhauen. Inzwischen gibt es über 20 reguläre Serien und dazu noch ein paar Specials. Unter anderem haben wir jetzt eine Special-Serie hier vor uns stehen. Das ist die Marvel Minifiguren-Serie 2. Vor zwei Jahren gab es die erste Serie, die ist damals wirklich sehr, sehr gut angekommen. Da wurden Charaktere aus den Disney-Serien umgesetzt. Diesmal sind es wieder Charaktere aus den Disney-Plus-Serien, aber noch mit ein paar anderen, zum Beispiel aus dem X-Men-Universum. Das freut mich als Marvel-Fan natürlich sehr. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied bei dieser Serie. Die Minifiguren sind nicht mehr in Plastiktüten eingepackt, sondern in Pappverpackungen. Für die Umwelt ist das natürlich super, aber für einen Lego-Fan nicht, denn dann kann von außen nicht mehr erfüllen, was da jetzt für eine Minifigur drin ist. Was es trotzdem noch für Wege gibt, ob die Minifigur trotz der anderen Verpackung immer noch heile ankommt und wie die Figuren generell so sind, werden wir in diesem Review herausfinden. Die Marvel Minifiguren-Serie bekommt ihr ab dem 1. September für eine OVP von 3,99 Euro überall im freien Handel oder auch schon mit Rabatt im Vorverkauf bei JB Spielwaren. Dort könnt ihr natürlich einzelne Figuren bekommen, aber auch die ganze Box vorbestellen und da gibt es dann auch noch ein echt cooles GWP dazu und zwar so ein kleines Kino, in dem dann alle Minifiguren einzeln sitzen. Den Link dazu findet ihr in der Infobeschreibung. Packen wir die Box mal aus. Wir machen natürlich eine ganze Box auf, dass wir ja auch wissen, wie die Verteilung der Figuren in der Box sind. Und da geht es schon mal los mit der Verpackung selbst. An sich ist das schön hier mit Wolverine und She-Hulk auf der Seite. Hinten dann nochmal der kompletten Serie. Hier sind insgesamt 36 Figuren drin. Das heißt, theoretisch könnten es sogar drei komplette Serien sein. Es sind ja leider nur zwölf Sammelfiguren insgesamt. Und das hier ist tatsächlich die neue Pappverpackung. Die stecken dann hier oben alle so nacheinander drin. Ist auf jeden Fall sortierter als mit den Plastiktüten. Und an sich mag ich die Verpackung. Nur wir haben halt leider wirklich gar keine Ahnung, wer hier jetzt genau drin sein wird. Machen wir das einfach mal auf. Boah, Wolverine drin. Boah, ist das. Das ist eine gute Figur hier. Alter Verwalter. Das ist glaube ich mit die beste X-Men Minifigur, die ich je von Lego gesehen habe. Schön hier mit den Armbedruckungen. Dann von hinten Dual-Molded-Beine plus nochmal eine Bedruckung auch auf den Seiten der Beinen. Die Klauen in der Hand. Ihr könnt natürlich nochmal das Gesicht herumdrehen und habt dann auch noch ein Alternativgesicht, sodass es mit der Maske auch besser passt. Oder man kann ihm natürlich auch einfach seine Frisur dann aufsetzen. Als extra gibt es noch diesen kleinen Stand wieder. Dadurch könnt ihr dann halt solche coolen Posen darstellen. Soll so eine Art Sprung dann quasi sein. Als extra gibt es noch hier mal eine bedruckte Kappe. Das ist ein Sentinel-Kopf, wo er dann gerade seine Klauen durchgerammt hat. Es ist wirklich immer wieder beeindruckend, was Lego kann, wenn sie es wollen. Und hier bekommt man für 4 Euro wirklich eine fantastische Figur, die man teilweise in UCS-Sets nicht mal ansatzweise in der Qualität bekommt. Mega. Ich werde parallel übrigens auch immer die Namen zu den Boxen schreiben, dass wir am Ende wissen, welche Figur wo drin war und ob man vielleicht anhand der Codes hier unten noch nachvollziehen kann, welche Figur in welcher Packung ist, ohne die zu öffnen. Ansonsten habe ich so ein bisschen die Angst, dass es passieren wird, dass die Figuren in Läden aufgerissen werden, weil man halt nicht Doppelte haben will, so wie es jetzt bei uns gerade der Fall ist. Hier ist der nächste Wolverine. Also weil diese Verpackungen, die gehen schon wirklich sehr, sehr leicht auf. Ah, und hier geht es weiter mit Agatha Harkness. Hm. Cape ist sogar hier extra einzeln eingepackt. Ist auch eine schöne Minifigur. Sie kennen wir ja schon aus WandaVision. Sie bekommt aber bald auch ihre eigene Serie. Cooles, bedrucktes Buch, welches ich hier sogar falsch herum in die Hand gedrückt habe. Oh Mann, oh Mann. Sonst noch diese wegschnipsbaren Teile. Die gibt es ja schon seit einiger Zeit. Hat sogar eine Bedruckung von hinten, obwohl man das mit dem Rock eigentlich gar nicht sieht. Schöne Figur. So. Zaggig und knaggig. Ah ja, da ist nochmal eine Agatha drin. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Ah, ja, haben wir wieder eine doppelte. Und lasst mich raten, hier wird nochmal. Ah, nee, doch nicht. Das ist aber cool. Mit ihr kann ich zwar noch nicht so viel anfangen, um ehrlich zu sein. Ist aber trotzdem eine schöne Figur. Sie hat hier so eine Art Prothese am Bein. Krass. Auch noch hier mit einer Bedruckung drauf. Dann die Armbedruckung an den Seiten. Das ist Echo. Die wird bald auch ihre eigene Serie bekommen. Und ihr könnt hier auch nochmal das Haarte halt so umdrehen. Dann ist sie noch ein bisschen saurer. Aber tatsächlich auch hier ein mega Haarteil mit der Bedruckung hinten drauf. Wahnsinn. Schauen wir mal, wie das hier weiter geht. Ah, oh, okay. Wieder Agatha. Ich denke, die sinnvollste Variante ist wirklich, das über das Gewicht zu machen. Ah, das hier ist Beast. Auch eine richtig coole Figur. Hier mit so einem bedruckten X-Men Kaffeebecher. Dann einem kleinen Mikroskop in der Hand. Toller Mini-Bild. Eine schöne Bedruckung für den Torso. Aber einem noch viel cooleren Haarteil. Das ist sogar auch Dual-Molded, wenn man das hier mal abnimmt. Natürlich könnte ihm auch noch sein alternatives Gesicht geben. Da hat er eine Brille auf. Also die Verpackungen gehen schon sehr leicht auf. Ha, hier haben wir nochmal Storm. Sehr cooles Umhangteil hier. Das wird dann einmal so hier auf dem Kopf drauf gemacht. Und dann nochmal durch die Hände. Okay, also das ist echt eine mega Mini-Figur. Das gefällt mir richtig gut mit dem Cape. Dann hier auch eine coole Frisur in Weiß. Kein Alternativgesicht, weil sonst würde man das natürlich hier neben sehen an der Frisur. Das würde ein bisschen komisch sein. Die Palpatine-Blitze in Gelb hat sie in der Hand. Finde ich richtig cool, dass hier noch X-Men-Minifiguren dabei sind. Es fehlen nur noch die von den Fantastic Four. Oh, also die Serie fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wie immer alle anderen sagen. Das ist Hawkeye aus der gleichnamigen Serie. Ich fand die eigentlich ganz lustig. Ich war jetzt natürlich nicht weltbewegend, aber hat Spaß gemacht zum Anschauen. Er hat hier eine Eule in der Hand. Das ist ein mega Accessoire. Und dann hier einen neuen Bogen. Dieses Frisurteil passt auch sehr gut zu ihm. Und auf der Rückseite von seinem Gesicht ist das Pflaster dann auch weg. Auch toll ist die Armbedruckung. Was jetzt hier ein bisschen fehlt, ist die Beinbedruckung. Das ist einfach nur schwarz. Das wird den anderen Figuren in der Serie nicht ganz so gerecht, um ehrlich zu sein. Dann geht es weiter mit... Ah, noch einmal Echo. Storm, Echo und... Oh, yes! Hier ist eine neue Figur drin. Das ist Kate Bishop, ebenfalls aus der Hawkeye-Serie. Hier mit dem Hit-the-Spot-Pizza-Karton. Dann auch einem neuen Bogenteil. Diesmal aber in braun. Einen schwarzen Köcher. Und hier haben sie tatsächlich eine sehr schöne Beinbedruckung spendiert. Hier auch noch mit diesem Halter in lila. Den Armbedrucken auf beiden Seiten. Zwei verschiedene Arme hat sie tatsächlich auch hier. Und auch sie hat dann hier oben eine Wunde am Auge. Aber auch bei ihr könnt ihr das einfach verschwinden lassen, wenn ihr es einmal komplett herumdreht. Am besten ist aber wahrscheinlich ihr Hund. Der hat auf der einen Seite das Auge offen und auf der anderen Seite dann das Auge zu. Das habe ich auch noch bei keinem Tier gesehen, diese Bedruckung. So. Ah, und es ist nochmal Hawkeye. Nochmal Kate Bishop. Und... Ah! Das hier ist Goliath. Ihn werden wir so in der zweiten What-If-Serie sehen. Mega Bedruckung auch hier wieder für die Dual-Molded-Beine. Beide Seiten der Arme sind bedruckt. Aber der alte Ant-Man-Helm wurde hier verwendet für den Print. Den finde ich nicht ganz so schön, um ehrlich zu sein. Von hinten und von vorne hat er dann Bedruckung auf dem Kopf. Und ihr könnt ihm natürlich auch einfach sein Haarteil hier dann geben. Was ich aber fast noch viel cooler finde, ist, dass man hier direkt zwei Ant-Man-Mikrofiguren bekommt. Ganz früher war das mal eine echt seltene Figur. Hier kriegt man jetzt einfach zwei davon für vier Euro. Wir haben jetzt die zweite Lage hier im Karton erreicht. Und acht der zwölf verschiedenen Figuren sind schon drin gewesen. So. Oh. Hier haben sie sich teilweise schon eingedellt. Ich hoffe, das passiert nicht so weit, dass sie sich dann öffnen. Biest ist hier nochmal. Oh. Neuer. Das ist Werewolf. Der hat auch einen eigenen Film auf Disney Plus bekommen. Das war allerdings ehrlich gesagt nicht so ganz mein Stil. Deswegen habe ich ihn auch nicht fertig geguckt. Die Figur ist aber gut. Seine Haare hier sehen so ein bisschen aus wie die von einem mutierten Hobbit. Gesicht könnt ihr umdrehen. Dann guckt er auch ganz freundlich, wie so ein Hobbit gucken würde, der mutiert ist. Von beiden Seiten gibt es Armbedruckungen. Das sieht echt cool aus mit dem braunen oben und dann dem etwas dunkleren Sandton da drunter. Dual Mollet Beine für seine Hose. Definitiv eine coole Figur. Und der Print hier auf dem 1x1 Teil rundet das auch nochmal ganz schön ab. Und dann gibt es nochmal Goliath. Das ist auch eine richtig coole Minifigur. Das ist Moon Knight aus der gleichnamigen Serie. Hier mit dieser Art Sichel in der Hand und noch einer bedruckten 1x1 Fliese. Ich schätze das soll das Amulett dann sein. Auch Dual Mollet Beine. Hier Bedruckung. Das ist fast die beste Figur aus der Serie. Auch diese neue Kapuze hier, die extra für ihn gemacht wurde. Passt sehr gut. Könnt ihr dann auch umdrehen und dann gucken da halt nochmal, guckt das menschliche Gesicht halt nochmal durch. So viele Figuren fehlen uns jetzt gar nicht mehr. Na, zack. Es ist glaube ich schon echt frustrierend, wenn man jetzt keine ganze Box hat und dann nicht weiß, was da drin ist. Und nach einer bestimmten Figur sucht. Okay, wir haben jetzt mal Glück. Und die dann halt nicht bekommt. Das hier ist She-Hulk. Aus der She-Hulk Serie natürlich. Über die Serie kann man jetzt denken, was man möchte. Ich fand sie teilweise ganz lustig, teilweise aber auch viel zu kitschig. Alternativen Gesichtsausdruck hat sie. Aber die Prints ja auf den Fliesen sind ja der Wahnsinn. Einmal hier Emil Blonskis Akte mit dem Abomination-Foto obendran. Und dann nochmal das Telefon, wo sie gerade von Wong angerufen wird. Eine mega gute Minifigur. Viel besser als die letzte von She-Hulk. Das ist Mr. Knight aus der Serie Moon Knight. Ja, eine relativ simple Minifigur. Trotzdem haben sie die Bedruckungen, glaube ich, gut gemacht. Von hinten ist hier dann noch, das finde ich cool, der Knick quasi aufgedruckt. Ganz nett ist auch dieses kleine Aquarium, was bei ihm mit dabei ist, wo dann die Pyramide drin steht. Und von seinen Schlagstöckern gibt es auch noch ein Ersatzteil. Insgesamt sind jetzt acht Packs übrig, die ich nicht aufgemacht habe, um eine vollständige Serie zu bekommen. So sieht das hier unten jetzt gerade aus. Ich gucke mal nach den Codes, die sich unten auf der Verpackung drauf befinden. Das sind alle drei, wo Wolverine drin gewesen ist. Da könnte man natürlich jetzt meinen, ah, das sind ja alles die gleichen Nummern. Dann weiß ich, dass bei der Nummer immer Wolverine drin ist. Ne, das funktioniert so nicht. Das ist nur eine Anzeige, wann diese Figur produziert wurde. Diese Anzeige wird sich immer verändern und ist bei allen Minifigurenauflagen unterschiedlich. Beziehungsweise auch andere Minifiguren, die nicht Wolverine sind, haben diese. Die einzige Möglichkeit, genau zu bestimmen, welche Figur drin ist, ist über das Gewicht. Dafür braucht ihr eine Waage, die eine Nachkommastelle bei Gramm anzeigen kann und geeicht ist. Denn die muss schon relativ genau sein, um da halt die Unterschiede erkennen zu können. Hier habt ihr in der Tabelle, welche Figur wie viel wiegt. Die kommt von Jace Brickblock. Und anhand daran könnt ihr dann natürlich ungefähr abschätzen, welche Figur jetzt wo drin ist. Und bei She-Hulk und Beast, die wiegen genau gleich viel, da müsst ihr dann halt ein bisschen schütteln und gucken, bei welcher Figur sich das nach mehr Teilen anhört. Denn das wird dann wahrscheinlich Beast sein, weil der halt mehr Einzelteile dabei hat als She-Hulk. Und hier habt ihr dann noch einmal die komplette Serie vor euch. Sehr schade, dass es nur zwölf Minifiguren sind. Ich hätte gerne 16 gehabt und ich würde dann auch vier Figuren mehr kaufen. Aber gut, Highlights sind für mich ganz klar hier die beiden Hawkeye-Figuren gewesen. Aber auch die zur Moon Knight-Serie finde ich klasse. Auch finde ich es gut, dass sie hier noch ein bisschen mehr Varianz reingebracht haben zu mehr Marvel-Lizenzen. Ich meine, jetzt haben wir hier X-Men 2, dann ganz viele andere Disney Plus-Serien. Und sie haben immer nur die wichtigste Figur aus der Serie umgesetzt. Zum Beispiel hier bei She-Hulk, da hätte ich jetzt nicht irgendwelche zehn Nebencharaktere in der Serie gebraucht. Deshalb gut, dass sie sich auf sie beschränkt haben. Für vier Euro kann man hier eigentlich auch nichts falsch machen. Das größte Manko sind halt diese Pappboxen, dass man da jetzt nicht mehr erfüllen kann, welche Figur da drin ist. Ich glaube, viele davon werden aufgerissen. Oder die Nachfrage nach geöffneten Figuren wird auch hoch sein. Ich werde auf jeden Fall ein paar davon bei uns in die Minifigurenwand einzeln reinpacken, sodass man halt sieht, welche Figur man hat. Und an sich werden solche Papptüten, wie bei den Magazinen, vielleicht auch eine Lösung. Ich meine, die kann man schwieriger öffnen, als diese Dinger hier, die einfach so aufgehen. Und man hat dann zumindest noch ein bisschen Möglichkeit zu fühlen. Ich sehe das hier eher als Zukunft, als diese Pappboxen. Mal schauen, wo sich das alles hin entwickelt. Danke fürs Zusehen und ciao, ciao.